man kann ich hab noch lauter zum abschließen ja vier stück auch hin also 451 m irgendwie hier lang So wie diese stehen Oh, oh Was ist denn das? Wasser zieht einen ja doch mit dir Was ist das? Hier kann ich irgendwas abnehmen Was ist denn hier? Kochtrainer Was ist das so auf dem Feuer? Bring mir das Kochen bei Oh, neue Arumenschaft, kochen Fleischmahlzeiten Zuerst der Fleisch Bauplan laden Das ist kein Katalysator Bauplan starten Wo ist das? Varianten würziges Dörfleisch Süßes Dörfleisch Aber das habe ich hier drüben So ein Tackbaum Kochen Ich habe irgendeinen Kochen erlernt, nur weil ich über die kochen kann Ich habe noch keine Ich bin nur Koch geworden Aha Ach guck mal, man kann die kaufen Wo? Was? Hier anklicken und dann über den Händler halt ne Rezept Wings Käferfleisch oder irgendwie sowas Aber ich verkaufe erstmal irgendwelchen Krippel die ich gar nicht brauche Ich weiß nicht, was kann ich denn verkaufen? Und das drüben So Kaufen 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 Wo wollen ich die Berufe? Scheiße, wo sind die denn? Kacke Wie, ich kann ja nur einen ... Ach du Scheiße, ich weiß Schrott, sofort automatisch verkaufen kann man auch einstellen Scheiße, Mann Charakter, ich bin so Ich hab tausend gleiche gekauft Spezialangebote Ja, da gibt's noch mehr Rezepte Ich hab da, aber kann sein, dass die sie gleich weg sind dann Die sind limitiert dann, ne? Questlog Der Kurzi Türken, wo ist denn das jetzt hier? Was ist das denn? Omni-Bütz, ich hab ja auch Omni-Bütz, so wie auch Ich weiß nicht, wo guckt man hier? Jetzt hab ich gelernt Okay Ähm Accountmen, äh, in Ansehen, Aufträge, Berufe Mit K Oha Gesperrt Mhm Und wieso sind wir nicht drin? Ich Die Rezepte, die ich gelernt habe Weiß Nein Nein Okay Der will immer irgendwas hier mit dem Katalysator Anzünden Da steht auch genügend Materialien für, äh, einen Dingenskirchenhilfe Also, ich versteh das nicht Was ist das für so ein Katalysator-Scheiß da? Keine Ahnung Also, wenn ich es wüsste, ne? Würde ich erst hier sagen Ja Ich verstehe Ach, du brauchst tatsächlich irgendwie, du musst irgendwie so einen Katalysator kaufen, weil jetzt sehe ich, da ist ja dieses Herstellen Du brauchst so einen Katalysator von irgendwoher Naja Aber schön, dass du schon mal rüber Naja Naja Das ist nicht so ein Katalysator Also hier ist ja so ein Bratrost Und zünden Bratrost Und zünden Bratrost Okay Ja, das brauchst du wahrscheinlich auch noch, um überhaupt das Essen herzustellen, denke ich mal Siehst du? Siehst du? Würzig Prise Zimt, Prise Knoblauch, Prise schwarzer Pfeffer, schwarzer Pfeffer, Zimt, Knoblauch herstellen Wer stellt jetzt her? Ich hab irgendwas gemacht Vorschau Ja, was hast du denn gemacht? Oh, jetzt Ja Ja, ja, ich bin auch da dran Herz Äh, was ist denn passiert? 40 Herzhaft Aber ich denke, das kostet irgendwas Doch, doch, doch Ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwas kostet Da stehen ja so Preise dahinter, so wie Kupfer oder so Fäller ignorieren, ne? Ich hab doch keine Adrons Ich hätte da keinen Katalysator Jo Ich komm Knochen, wir gehen weiter Guck mal Baufortschritt Nutze irgendeine Handwerkstation, um dein Fortschrittsprecher wieder zu Speichere Äh, Baufortschritt gespeichert Ja Warte, da ist verstanden Ich hab irgendwas Ich hab nix verstanden Ich klicke hier nur rum und Du stellst her gegrilltes Gelbblöckchen Ich hab auch was hergestellt Ich hab wohl was hergestellt Ich weiß nicht wo das ist Ja, im Inventar Oh, ich kann essen Alle eine Sekunde während des Essens Ja, du musst Ich stellte null Lebenspunkte und null Fokus wieder hier Nach dem Essen bist du für 30 Minuten gesendet Ein Abbrechen des... Dir fehlen die benötigten Blah und Blöck Ähm Das kann ich noch herstellen Zuerst Dörrfleisch Die Zusatzstoffe Guck mal, darunter Äh, die Zusatzstoffe sind Äh, dann kannst du die anderen Varianten herstellen Wie süßes Dörrfleisch und so, ne Ja Ja, hat ja keine Sau Aber du kannst sie wohl kaufen Ja Du kannst da rauf klicken Und dann kannst du da irgendeinen Fakt herstellen Und das kostet halt so ein bisschen Kohle Ja komm, mal mit Dörrfleisch mit Joghurt Und Rohrzucker Fürs Zitronen Kann man da alles raufschmeißen oder was? Fischzitronen Kann man da alles raufschmeißen oder wie? Fischzitronen Ne, drei Zutaten Drei Zutaten sehe ich grad hier Was hab ich aber auch jetzt Die benötigten Zutaten Um das Rezept herzustellen Okay, alles klar Ich geh jetzt weiter, weil, äh Hm Ich hab das wohl hergestellt jetzt Ich hab das wohl auch schon aus der Gestaltung Ich hab das wohl auch schon aus der Gestaltung Ha So Jetzt fehlen mir aber auch die Zutaten Die an mir gebratenes Käferfleisch Keine einmal Warte, dann muss ich mir was ganz was leckeres Vorheriges vollenden Hersteller Ja, ich weiß, dass mir die Zutaten fehlen Okay Komm Bau und starten Hürt sich und herzhaft machen wir jetzt Mit Knoblauch Eine Prise Steinsalz Und schwarzem Pfeffer Nichts geht mehr Zeit zum herstellen So Oh Der Pfeffer geht nicht, oder was Was ist das? Quartier meinst Hallo Der Pfeffer Der Pfeffer Wie ist das denn? Ich hab den Scheiß jetzt hergestellt hier Gebratenes Käferfleisch Zerstörfleisch Ich seh irgendwie auch nicht so durch Ich seh irgendwie auch nicht so durch Ich muss hier echt mal vertellen hier Aber das coole ist, es werden mehrere davon hergestellt und nicht nur eins oder ne? Gut Machen wir mal weiter hier Wie einfach das alles ist hier im Spiel Ja, das ist auch übersichtlich Hm, ich muss abgeben terminiert Oh, jetzt muss ich mir was auch so minieren B W G Wir sind hier fertig Scheiße, n-hier Wir sind hier fertig Ich hab den Kochenrang irgendwie, was? Man kommt an so vor, als wär es das als ein bisschen Also äh, du würdest so nachhängen, ne? Man schließt was ab und plötzlich kriegt sie dann in der Schüttel und später hell, mich aufgestiegen so, ne? «Gut, verschwende Zeit, warum verschwende Zeit?» «Bericht, bericht!» «Ich hab den Punktbuch bekommen, ja, Bericht, Bericht, mit wieder.» «Gut, er wartet, jetzt geht, bevor man da böse wird» «Verschwende Zeit, warum verschwende Zeit?» «Bereit, bereit, muss Dinge erledigen.» die zieht ich will komprimiert die mit ihm wird und doch so einfach ich glaube die die das jeden tag zocken, sie denken nicht, was haben wir mit dem ja, die zwei zugreifend, zugreifend, persönlicher Bank-O-Mat 80, äh, was? Level 80 hier ist ne Bank, da kann ich alle zwei Berufe aus Waffenschmied, Rüstmeister, Bergbau Ausstatter Überlebenskünstler, Technologie Architekt Reliktjäger, Schneider Reliktjäger, das ist zum Beispiel um dieses Zeug da abzusammeln ich lerne das einfach verstanden, ich hab's nicht gelesen aber ich verstehe, mh, alles ja ach, du scheiße, echt jetzt äh das ist nicht so was, wird man kloppt hier Moody-Campfer oh jee ich hab ihm da irgendwelche Schädel, ich weiß gar nicht, was ich mit dem Dingern machen soll spricht Bürger, sagt er zu mir ja, aber ist du musst gleich auch mal vorausfinden, wo du bist, ich hab ihn Moody begleitet, hey hier ist das hier ist das hier ist das nicht hier ist das nicht wo ist dein Smiley wo ist dein Smiley jetzt seh ich, wie du irgendwie so im Kreis häufst oh Gott, wo bist du ich seh dich nicht aber ich seh dich das sieht so aus mit diesem Smiley wo bist du der liebte Minimap los da ist kein Smiley drau ja natürlich ich seh dich ich seh dich du Smiley guck mal oh Gott ja, wird wärmer, wird wärmer ja so geil, geil, geil blau warm ja aha warm ah da bist du ja warm noch wärmer juhu oh Gott, ja oh 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 Gott, ey das ist hier alles so verhörend das ist echt hier ist ein Automat Kupferdraht Silberdraht Golddraht kann man kaufen Handwerk Berufe, bin dabei so krank oh man, ey ich bin zu weinen werdet zwei Berufe aus hab ich schon einen kochen kannst du trotzdem noch zwei wählen hab ich auch mhm ja zwar sinnlos, aber ich weiß ja gar nicht mehr was ja, weil ich nicht weiß wie das geht hier wieso sinnlos das ist alles kompliziert da musst du studieren echt ich will wissen, was was Dings da wieso hab ich seit neuestem hier Sprechblasen ich weiß nicht welche Berufe Aushubka Asuka ist für kochen mhm was ist b Aktionsb.. was Ich versteh jetzt zum Beispiel nicht diesen Wiesel Aktionsbaukasten Was ist neuer Rundschaft gestützt sie kommen So, dann erstmal den anderen Buch noch leer, das war Wannenschmied und Bergbau, so. Ha! So! Achso, jetzt muss ich irgendwas schmieden, ne? Wollen wir quatsch nochmal hier? Kochen, Reliktjäger und Bergbau hab ich. Mh. Kochen. Baupläne. Talent. Ok, ich mach das wohl auf dem Rückweg, ich muss wohl, ähm... Jawohl, ne, kann man hier noch. Gibt ja auch so einen Händler. Ich kann nichts herstellen. Ja, du musst die Sachen ja natürlich auch irgendwie erstmal einsammeln und so, ne? Guck mal, der eine gibt dir ne Quest, da kannst du Sachen herstellen. Ist der hier, der mit dem Büchern? Geh jetzt, komm wieder, wenn fertig. Nee, der kleine hier, du stehst direkt neben mir. Kaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Kaufen, kaufen, kaufen! Gute Angebote für alle! Kaufen. Schwerer. Hm? Kann diesen Gegenstand nicht brauchen. Aber warum? Ich hab'n Video. Oh, der kann ich erstellen wahrscheinlich. Kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Leichte Rüstung, mittlere Rüstung, schwere Rüstung. Aha. Was ist das? Humanoid in Sheldon. Aha. Häää! Ach nee, jetzt guck mal. Ich dachte, es kostet hier 3 Gold. Ja, herrscht schon ein Beginn, du Mother Trucker. Ich versteh das nicht hier. Es ist mir zu hoch. Ja, der will mir auch hier mein Dings nicht erstellen, ne? Sag die Schätzchen zu mir, Ernst. Und ich weiß nicht, woran es liegt, dass der den Kacki nicht herstellen will. Gesetigt. Ach, wahrscheinlich hier. Werksübung, Prototyp O, okay. Ich nehme den Auftrag an. Prototyp Produktion, ich nehme den Auftrag an. Und den nehm' ich auch an. Irgendwann, das hab' ich vollendet, aber ich wüs' nicht was. Reliktjäger. Ich weiß auch nicht, was ich hier annehme. Werkzeug. Reliktjäger. Aha. Aber an, wo, wo stellt man die Krempel her? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, äh, glaube. Hier ist, hier ist so ein... Muss ja irgendein Gerätsche. Reliktplaster für Empfänger. Hm. Wo ist denn hier? Ja, das ist es nicht. Ich erschieße das alles. Was ist das? Was da ist, 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 was da ist. Ohne. Hm. Wasser. Ich kann nix machen. Okay. Was ist denn der Sterber? Kann ich, kann ich nutzen. Okay. Ach, da, da muss ich... Ach, so, muss ich auch... Das? Schwachsinn. Das ist alles Schwachsinn. Was? Schwachsinn. Hm? Das ist alles Schwachsinn. Was? Ich bin jetzt mal im Ernst. Wie stelle ich diese Scheiße her jetzt hier? Es steht Runenwerkbank, Händler für Berufsgrüter. Ähm... Guck mal, der eine hier ist angeblich... Irgendwas habe ich ihn fertig bei dem, sein Geschäft verstehen. Aha. Ich bin bereit zum Dienst. was ich gebeten habe. Mhm. Kacki. Kacki. Die Leute werden sich kaputt lachen, wenn die uns sehen und uns eine halbe Stunde hier beim... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Angucken. Ah, Quatsch. Lebewohl. Für Bürger des Dominien gibt es nur das Beste. Wir sehen uns wieder. So. Ich kann mal. Fotospiele? Ne, Protospiele. Gott. Fotospiele? Ja. Was ist das? Die Bank! Ich habe eine Bank. Quest... Besorge-Prototyp. Ey, willst du mich verarschen? Ich habe vor 20 Minuten gesagt, ich stehe hier an meiner Bank. Da stand ich da oben und war am Bankfach und habe Kacke eingelagert. Nein, zurück. Ich will jetzt nicht in die Bank legen. Was ist das? Beruf Handwerkstation. Äh, Händler, Schneider, Amphio, Meister, Handwerker, Torino, Leichter, Selbstpastler, Handelsbrot. Ach, hier! Mhm. Ha! Jetzt wird was hergestellt hier. Neue Errungenschaft. Geil! So, jetzt habe ich nämlich was hergestellt, ne? Ja. Ja. Was, ja? Ich habe was erstellt. Ich habe jetzt endlich dieses scheiße Fettet hier. Da geht man. Ne, hier ist so eine Station. Da stehen die Penner nur dazwischen. Da stehen, Stenny, blinkt doch so ein Pfeil da drauf. So blauer. Dieser, äh, ne? 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 Muss ich jetzt irgendwo eine Quest abgeben hier, oder? Ich glaube, der beugt noch irgendwas von mir hier. Hups! Ich habe sowieso kein Erz mehr. Beruf erlernen. Ich will nämlich verarschen. Ähm, pass mal auf, ich gehe jetzt erstmal zur nächsten abgeben hier. Die ist ziemlich hier geradeaus so. Ne, scheiße, lass erstmal. Hm? Was? Wollt du lachen, oder was? Wir müssen hier so einen Händler finden, wo wir uns ein Reittier kaufen können. PvP-Stufenaufstiegsausrüstung. Oh, guck mal, weiß nicht, was gibt's hier. Ey, ich hab so viel Scheiße, da wirst du behindert in der Rübel. Übertrieben. Ich kann mir sogar was kaufen, ich hab so eine PvP-Dinger hier. Weil es ist meistens Essen. Da scheinen nur, ähm, ne, da sind Rangfähigkeit. Schiss, äh. Angriffsausrüstung des Vollsteckers, Stufe 10 bis 19. Oh, die kostet aber mehr. Ach ne, Überfallfüße. Man kann sie, ey, ey, die Füße sind ja besser als die, die ich trage. Zu viel. Zu viel. Zu viel. Zu viel. Sachen hab ich ja nicht. Warte. Zu viel. Wie? Zu viel Kolle. 매 die 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 oder die 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 Am pvp marken oder was das sind ok pvp ist halt pvp implantate, was man sich nicht alles kaufen kann aber ich schätze man eher sammeln und dann ich will ein Reitier laserspitzabgabe für anfänger, achso, was ist denn da? ja ich will auch ein Reitier ich guck mal, da ist ein Taxi der war doch hier irgendwo wieso wieso da... nee, wir sind ja an einer anderen Stelle ich blieb nicht mehr durch ich blieb nicht mehr durch